Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe, das ist Folge 25 meines Impro-Podcasts und damit fast schon eine runde Zahl, das erste kleine Jubiläum. Und ich habe auch passend zum Anlass zum dritten Mal nach Alf Schmidt und Katharina Butting jemand von der steifen Brise aus Hamburg hier zu Gast, die Verena Lohner. Hallo Verena. Moin Claudia, herzlich willkommen auch von meiner Seite und danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Wir sind ein bisschen im Zeitstress zwischen Workshop und Show im Ratibor-Theater, also schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Wir haben auch schon Bier getrunken, also es wird eine feuchtfröhliche... Ja, schauen wir mal, genau. Ja, Verena, genau, es soll um dich gehen, um Impro und um die steife Brise so ein bisschen und ich frage meine Gäste immer gerne als erstes, wie lange sie schon Impro spielen, wie lange spielst du denn schon Impro? Das müssten jetzt 22 Jahre sein. Ja, ich glaube 22 Jahre. Ich habe irgendwann aufgehört, ganz ehrlich, ich habe irgendwann aufgehört, mich zu bewusst oder aktiv zu erinnern. Und wie und wo hast du mit Impro angefangen? Das hat in Nürnberg angefangen. Ich habe mit einem Schulkollegen Theater gespielt, nach der Schule freie Gruppe und wollte unbedingt Theater machen und eines Tages kam der Freund oder der Kollege zu mir und meinte, du möchtest doch unbedingt spielen. Ich war gerade bei Weishaps, war total klasse, fand ich richtig gut. Die haben mich eingeladen zu einer Probe, aber ich kann nicht. Geh doch du da hin, du möchtest doch unbedingt zu einer neuen Gruppe. Und dann habe ich gesagt, okay, gehe ich da hin und bin ich da zu einer Probe gegangen. Das war damals Sex auf Kraut in Nürnberg. Bin da hingegangen und habe gesagt, hallo, ich bin verholgert da. Und dann war ich da für... Also ich war da doch lange und die ersten zwei Jahre erstmal war mein Name Holger. Sehr schön. Wie lange warst du bei Sex auf Kraut? Ich muss rechnen. Das war aber relativ lange. Ich glaube sieben Jahre mindestens. Aha. Das ist ja doch eine ganze Weile. Ja, ja. Und ja, was hast du gemacht oder hast du was gemacht, bevor Impro dein Beruf war, bevor du damit Geld verdient hast? Also mit anderen Worten, hast du mal mit was anderem Geld verdient als mit Impro und Theater? Also ich habe mit nicht so viel Geld verdient als mit Impro und Theater. Ich habe vorher ein Handwerk gelernt, ein sehr schönes. Und habe ein Kunststudium hinter mir, das ich nicht missen möchte. Also ganz klassisch Malerei und Kunstgeschichte, alles was dazu gehört. Mit Fokus auf Zeichnen und Performance und wie sagt man, Konzeptart. Und welches Handwerk hast du gelernt? Hey, Haumerstatterin. Das war Familienunternehmen so. Ich war im Prinzip die vierte Generation. Und auch mit Restaurierung und so. Ich habe in dem Zuge auch im Museum gearbeitet, was ich ganz großartig fand. Und ich habe im Internet gesehen, du hast aber auch noch ganz viele andere Ausbildungen seitdem schon gemacht. Irgendwie NLP und Schauspiel hast du, glaube ich, auch gemacht. NLP nicht. Ich habe eine systemische Ausbildung gemacht, wo NLP begleitend mitläuft. Vor allem darum, um NLP zu kennen, um sich dagegen wehren zu können. Sehr schön. Falls ein Verkäufer es mal anwenden möchte. Ja, oder auch um die Leute, um die Trainer davor zu bewahren. Das war eine Ausbildung, die eher auf Gestalttherapie und klassischen systemischen Sachen basiert und sehr offen war. Und weniger auf dieses, ich wende A an und kriege dann auch Ergebnis A, sondern viel offener und viel freundlicher und flexibler. Und trotzdem sehr effektiv. Oh, das Scheißwort effektiv. Quatsch. Ja, ich habe viel hilfreiche Veränderungen gesehen bei Leuten, die da waren. Toll. Und du sprichst auch Japanisch. Wie kommt das? Das kommt, dass ich mal in Japan studiert habe im Rahmen des Kunststudiums. Ein Semester. Und um das Stipendium zu bekommen, musste ich auch einen Crashkurs Japanisch machen. Was sich dann auch herausgestellt hat, was gut war. Weil du in Japan mit Englisch, geschweige denn Deutsch oder Russisch, nicht so weit kommst. Und es ist eine sehr schöne Sprache. Kannst du was auf Japanisch sagen? Hast du einen Wunsch? Sowas wie, hallo, wie geht's euch? Heute ist ein schöner Tag. Das könnte sowas sein wie, konbanwa mitane, kyo wa sugoi tanoshikata, impro-gruppe, impro-banden, training de shimashita sugo kata. Hi. Arigato. Toma, arigato. Konnichiwa. Ja, damit hat es sich mit meinem Japanisch dann im Grunde auch schon erschöpft. Das genügt eigentlich. Das ist auch alles, was du brauchst. Du brauchst nur ein Schwert und Konnichiwa. Das genügt. Und genau, du sagtest, du spielst sieben Jahre bei sechs auf Kraut. Ja, ich würde das nochmal überprüfen. Ich weiß es gar nicht. Weißt du, wie lange du bei der Brise bist? Ja, ähm, 1513 Jahre. Aha, aha, ah ja. Und wie kamst du dorthin? Ha, ja, es war auch fast ein Zufall. Ich habe mich dann irgendwann bemüht, nachdem meine Eltern meinten, wenn du schon was Verrücktes machst, dann mach doch wenigstens lieber Kunst. Wieder Abstand eher vom Theater und vom Handwerk genommen und habe Kunst studiert und bin dazu in den Norden gegangen. Und die steife Brise, zu der hatte ich schon immer so, die steife Brise und sechs auf Kraut hatten guten Kontakt immer. War immer sehr schön. Und dann habe ich da angeklopft. Weil auch Knut zu der Zeit schon, das ist jetzt ein bisschen, ja, wir waren schon zusammen zu der Zeit und Knut hatte schon Leinen nach Hamburg sozusagen ausgeworfen und der hat dann da angefangen zu trainieren. Da habe ich gedacht, da komme ich doch mit zum Trainieren, wollte mich eigentlich aufs Studium konzentrieren. Aber das Studium war dann bis auf das Semester in Japan und die Prüfungszeit sehr stark von der steifen Brise geprägt und von dem Engagement, das ich mit Knut nebenher in Hannover hatte, dass wir da auch noch als Bohem und Bohai sehr schöne Sachen gemacht haben. War das auch Impro oder war das ein normales Theater? Beides. Das war Impro, das war ein normales Theater, das waren Performances, das waren so Sachen wie das, was inzwischen, wie ich heute in der Straßenbahn hier oder im Bus hier gehört habe. Dass der Gropiusbau eine Nacht macht, wo man im Gropiusbau übernachten darf und dann gibt es da Aktionen. So was haben wir in Hannover gemacht damals. Das haben wir dann einfach Schlafparty genannt. Wir haben uns sehr viele Wünsche erfüllt, irgendwie den leistesten Stepptanz der Welt, ein gestelltes Duell am Expo-Gelände. Und bei der Brise, was genau machst du dort alles? Also welche Aufgaben hast du? Wofür wirst du eingesetzt? Ich spiele da, ich bin da als Trainerin, ich bin da als, also wenn es Projekte gibt, wo es eine Begleitung vom Kundengespräch bis zu der Ausführung des Auftrages geht, im Business-Theater, in der Impro-Schule bin ich als Lehrerin und Trainerin. Ich entwickle Formate, ich kümmere mich um die Trainings, dass die laufen, wobei das nicht bedeutet, dass ich alles mache, sondern dass ich zum Teil auch einfach ein Auge drauf habe und Sachen verteile oder herausfordere oder die Leute auffordere und bitte und anrege, mal Sachen zu machen. Und machst du auch so Change-Prozesse und Coaching an Unternehmen? Ja. Mit Impro oder ist das dann komplett nochmal eine andere Kiste? Es ist viel Impro. Also die Basis bei der Steifenbrise ist Impro, was sehr, sehr schön ist, was viel Spaß macht. Ich habe irgendwann bemerkt, dass mir Impro allein nicht genügt, dass ich durch Impro in Situationen komme, wo ich merke, da möchte ich weiter. Dass sich in einem Einstundentraining mit irgendwelchen Firmenleuten Sachen auftun, wo die Leute selbst überrascht waren und sagen, ich wusste gar nicht, dass ich das kann oder das ist das eigentliche Problem und wir dann aber wieder gegangen sind und da so offene Türen hinterlassen haben. Und das war für mich die Motivation, anzufangen mit Coaching und deswegen verbinde ich das. Aber man kommt mit Impro und Theater sehr weit und ich habe inzwischen auch schon andere Sachen noch, also andere Trainingsformen kennengelernt und erworben, mit denen ich arbeite. Es ist keine reine Form. Impro ist ein super Einstieg, super Basis und das Spielerische und das Verblüffende und vor allem der Humor ist einfach Gold wert. Ja. Und du erwähntest, du entwickelst Formate. Hast du ein bestimmtes Lieblingsformat? Jetzt nicht unbedingt von dir oder von der Brise, sondern ganz allgemein ein Favorite-Impro-Format oder sowas? Was ich total gerne mag, was auch eine alte Sache ist, die wir damals mit Sex auf Kraut gemacht haben, was aus Amsterdam kam, da der Krippe-Baiter hieß. Wir haben es dann in Hannover als Krippenbeiße gespielt, Kollegen in Würzburg haben es Wadenbeiße gespielt. Also wir hatten damals, was so jetzt inzwischen schon ein bisschen gängiger ist, uns zusammengetroffen und mit André Bächeling einen Workshop zusammen gemacht und dann ist jeder in seine Stadt zurück und hat das Format gemacht. Das ist im Prinzip der klassische Faustschick-Konflikt mit drei Personen dargestellt, also so ein Dilemma. Das ist ein sehr schönes Format, weil es ganz wenig Aufwand hat und viel vom Publikum fragt und trotzdem eine konstante, stringente Geschichte ist, die sehr essentiell und dramatisch ist, die sehr lustig sein kann. Wo für mich aber zum ersten Mal passiert ist, dass das Publikum geweint hat und dabei sich gut fühlte. Also weinen aus Freude und nicht, weil das so schlimm ist, was auf der Bühne passiert. Und diese drei Figuren oder Rollen, was sind die? Es gibt einen Hauptcharakter, sozusagen Held oder Heldin und diese Person hat eine vertraute Figur, das wird festgelegt vom Publikum. Also mein Highlight war ein Hundefriseur, der Hundefriseur von Helsingör, das war damals Sigi Weckerle, hat den gespielt. Und ich war sein Pudel, sein bester Freund. Hast ja das Pudelskern dann auch. Ja, siehst du mal, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ich war eine Pudeldame und ich weiß gar nicht, ich glaube, Enne Christine Dietrich hat den Störenfried gespielt. Und die dritte Person ist eine Person, die aus ihrer Welt kommt, die gar nicht böse sein muss, die aber mit einer Dringlichkeit, mit irgendeinem Anliegen kommt, die den Hundefriseur vor ein Dilemma stellt. Und das kann bösemotiviert sein, so, ich brauche unbedingt einen Hundefriseur, weil... Oder es kann sein, in dem Fall war das jemand, der aus Dänemark kam und unbedingt einen Prinz brauchte, der so und so sein, also der selber ein Problem hatte. Und das mag ich daran, weil das kein Gut und Böse, kein Schwarz-Weiß ist, sondern so dieses, die Sachen passieren halt. Und das hat einen Heidenspaß gemacht zu spielen, davon zehre ich noch viel, auch in neueren Formaten. Mein aktuelles Lieblingsformat ist immer noch Show of the Dead. Ja, dazu wollte ich dich nämlich gerade was fragen, beziehungsweise die nächste Frage, das hast du ja selber entwickelt. Mit der Wiebke zusammen. Ah ja, mit Wiebke, genau. Und ihr habt letztes Jahr in Halle dazu auch einen Workshop gemacht, wo ihr dann mit den Workshop-Teilnehmern auch dieses Show of the Dead aufgeführt habt, was ich persönlich ganz großartig fand, was für mich tatsächlich auch die schönste Show beim letztjährigen Festival war. Ich weiß nicht, welchen Platz ihr dann bekommen habt. Weiß man nicht, wir waren nicht Erste, aber... Sieger der Herzen. Ja, fand ich echt schade, weil ich finde, es hat da viel drin. Und genau, meine Frage ist, erzähl doch mal genau, was das ist und wie es dazu kam. Gott, eine lange Geschichte. Also es kam dazu, ich habe vor langer Zeit, war ich mit Knut in Kalifornien und wir waren zum Tracking da, um in die Sierra Nevada zu gehen. Und waren vorher in San Francisco und haben da in Japantown, wo ich unbedingt hingeholt hatte, in einem japanischen Comic- und Buchladen ein Buch gesehen, How to Speak Zombie, so ein Buch, wo Alltagssituationen drin sind und so ein Panel, wo man so Töne abrufen kann. Das gibt es auch so mit allem Möglichen, mit Lachen und Dingens und in dem Fall waren es nur Zombiesprache. Es ging darum, dass wenn die Welt von Zombies überfallen wird oder wenn alle zum Zombie werden und du allein bist noch Mensch, dass du nicht auffällst. Also wie überlebst du als Mensch, indem du Zombie sprichst und das kann man lernen mit dem Buch. Das ist ja eine fantastische Lernung. Es ist ganz großartig, ich habe ganz viel gelernt. Da sind so Sachen wie ein Doppelsoja-Latte-Macchiato entkoffeiniert und das gibt es dann als Zombie. Hey, du kennst das Buch. Mann, du kennst das ja. Du lässt mich hier reden, dabei kennst du das Buch. Du kriegst viel besser als ich. Naja, man versucht ja sich so ein bisschen Wissen einkennig. Also Leute, wenn Zombies sich breit machen, geht zu Claudia. Die kann euch tarnen. Und wir haben das Buch oder ich habe das Buch nicht gekauft, weil wir zum Trekking wollten. Und es wäre ja beknackt ein schweres Buch, wenn man abgesägte Zahnbürsten und halbierte Waschlappen im Gepäck hat, so ein Buch mitzunehmen. Das ging einfach nicht. Und ich habe wenig Zeit nicht daran gedacht. Also ich habe wirklich den ganzen Urlaub daran gedacht, scheiße, was ist da nochmal hin? Und dann verging Zeit und dann war ich irgendwann vorletztes oder vorverletztes Jahr in Helsinki bei Stella Polaris. Und da, wo Stella Polaris spielt, da ist ein Museumsbuchladen. Und da bin ich mit Wiebke rein und dann habe ich dieses Buch gesehen und habe einen Freudenthaumel und so. Und dann hat Wiebke gefragt, hey, was denn, was, warum? Und dann sind wir eben ins Gespräch gekommen, dass Zombies eine sehr dankbare Geschichtenstruktur haben. Dass Zombie-Filme, Zombie-Erzählungen ein toller Mythos, eine tolle Figur ist, an der sich Gesellschaften erklären oder spiegeln lassen oder Gesellschaftsphänomene zeigen lassen. Und natürlich auch der Thrill, dass es etwas ist, wir denken, wir wissen, es gibt keine Zombies, aber jeder hat oder viele haben die Meinung, vielleicht gibt es das doch. Immer wieder passiert was, wo wir Menschen denken, irgendwas gibt es doch, was wir nicht einordnen können. Auf jeden Fall sind wir da mit dem ein oder anderen finnischen Spaßgetränk draufgekommen. Saimiaki. Da waren wir noch zu jung dafür. Da sind wir jetzt erst dabei. Mann, du kennst dich, es gibt nichts, was du nicht warst, Claudia, oder? Naja, das ist, wenn man für Nokia arbeitet und da früher öfter war, dann kommt man da überhaupt nicht dran vorbei. Schmeckt dir der? Nee, obwohl ich muss sagen, als die den eiskalt serviert haben, ging es. Da ging es. Hast du noch einen? Nee. Okay, schade. Ich hätte einen Abnehmer. Hey, du hast für Nokia gearbeitet. Also, die Zombies. Wir sind draufgekommen, dass das, was wir so bei Kursen, weil Wiebke ist auch die Leiterin der Impro-Schule bei der Steifenbrise. Und wir haben im Laufe der Jahre so bemerkt, dass es gewisse Ausweichstrategien von Impro-Schmülern und auch von Impro-Spielern, von Erfahrenen gibt, die dann mitblocken, negieren, sich aus der Affäre ziehen oder einfach das Ganze nicht akzeptieren. Solche Sachen sind das. Und dass Zombies kein Erbarmen kennen. Ein freundlicher Impro-Mitspieler sagt, okay, dann bin ich dynamisch, dann lasse ich dich gut aussehen. Und so, wer ein Zombie macht, einfach. Und es nützt nichts, um dass das eine sehr gute... Schöne Gnadenlosigkeit. Ja, diese Gnadenlosigkeit einerseits und andererseits schon auch dieses, was ich manchmal vermisse auf Impro-Bühnen, dass die Figuren echt was wollen. Und bei den Zombie-Geschichten, es gibt auch andere Katastrophengeschichten, bei Zombie-Geschichten finde ich sie sehr schön archaisch, dass Charaktere überleben wollen. Also was man jetzt dann auch später in diesem The Walking Dead gesehen hat, welche Kraft in Menschen stecken kann oder was passiert, wenn irgendwelche Clans gegeneinander auf einmal antreten und du so diese Frage, wer ist jetzt die echte Gefahr? Die Gesellschaft, deine Gesellschaft oder das Monster? Und damit kann man Impro-Qualitäten schulen. Also so Zeit zu nutzen, überleben zu wollen, echte Gnade oder echte Höflichkeit walten lassen. Schön. Und was mir auch besonders gut gefallen hat, waren verschiedene Elemente, sowas wie das mit der weißen Kleidung und dem Blut und diesen Blutbeuteln, das fand ich gut. Dann hattet ihr das in Halle mit so drei geteilten Spots, wo drei Geschichten erzählt wurden, das fand ich schön. Es gab, glaube ich, verschiedene Stationen, also den Infektionsherd, kann ich mich erinnern, war ganz am Anfang. Also die waren so vorgegeben, so ein bisschen stationmäßig. Und ihr hattet diese genialen Tanzeinlagen, ich glaube einmal in der Mitte und einmal am Ende. Und das fand ich auch super. Der Comic Relief. Also wir haben diesen Diamond an der Stelle, wo das erste Mal absehbar ist, dass die Zombies sich ausbreiten. Weil es A, eine Stelle ist, wo dann wirklich klar ist, okay, das wird ein Kampf, das wird ein Überlebenskampf. Und manche Leute im Publikum wirklich Angst haben. Also ich hatte da auch Leute im Workshop, die im Workshop waren, weil sie sagen, ich habe Angst vor Zombies, Vampire machen mir Angst. All das finde ich. Und ich habe den Eindruck, wenn ich es irgendwie bewältige, wenn ich eine Angst weniger im Leben haben kann, dann kann ich das mit Impro machen. Was ich besonders schätzte, dass diese Leute auch da waren. Also ich war toll für jeden, also ich war dankbar für jeden, der da war und sich dem gestellt hat. Und so ist es auch im Publikum, also man gruselt sich schon. Und das ist ganz klassisch, das Comic Relief, wie du es bei Shakespeare oder in irgendwelchen anderen Filmen hast. Dass du das Publikum erstmal ein bisschen pflegst und sagst, okay, jetzt mal durchatmen. Und dann ist es natürlich auch umso fieser, wenn es danach rund geht. Und am Schluss, das war die Zugabe, die Leute haben so großartig gearbeitet. Also es war, wir hatten im Prinzip eineinhalb Tage Zeit und dann gleich auf die Bühne. Und die haben sich alle ganz großartig da geschlagen. Ja, finde ich auch. Also haben die super gemacht. Ja. Also kann man nicht meckern. Nö, meckern kann man nicht. Angeblich das größte Kompliment, was ein Berliner machen kann. Ja, naja, kann man nicht meckern. Nee, nee, kann man nicht, nee. Ja, ich kenne das ja aus Franken. Nett geschimpft ist glaubt genug. Okay, ja, das sind wir Deutschen. Ja. Gut, ein faszinierendes Thema. Ich würde gerne länger mit dir darüber sprechen, breche es jetzt aber hier mal ab. Und frage dich, hast du einen Lieblingstrainer oder sowas? Einen Lieblingsimpro-Trainer? Ich hatte schon viel Glück. Also ich habe noch nie so richtig ins Klo gegriffen. Ich weiß nicht, ob es auch in meiner Natur liegt, dass ich einfach aus vielen Sachen was ziehen kann. Oder mich im Zweifelsfall selbst beschäftige. Tatsächlich war der letzte Trainer, von dem ich viel für Impro mitgenommen habe und viel für mich und viel fürs künstlerische Arbeiten, kein reiner Impro-Trainer, sondern ein Clown, was mich ein bisschen gewürfelt hat, weil ich zu Clowns schon immer ein gespaltenes Verhältnis hatte. Wobei das eine Clownsschule ist, also eine Clownslehre, die ganz viel aus dem alten europäischen Theater übernommen hat, was auch im Impro-Theater wieder zu finden ist. Also ganz viel von Offenheit, von Impuls, von Kontaktaufnahme, von mit sich selber freundlich sein und mit den Mitmenschen und trotzdem performen. Also trotzdem geht es um Theater. Ah ja, wie heißt der? Der heißt John, oh Gott, ich habe gerade einen Blackout, das musst du rausschneiden. John Turner, genau. Okay, genau, kann man ja mal googeln oder vielleicht finde ich den auch und kann es im Artikel dazu verlinken. MCCP, das ist in Kanada. Und der kommt aber wahrscheinlich im Herbst auch nach Deutschland, nach Würzburg zum Festival und nach Halle, wenn das alles gut geht. Und gibt es sonst Menschen, wo du sagst, mit denen würde ich super gerne mal Impro spielen, also biet andere Impro-Spieler, Schauspieler, Personen des öffentlichen Lebens? Ist das eine Frage, die du jedem stellst? Nee, die stelle ich dir das erste Mal. Ich finde die aber sehr spannend. Die ist cool. Das ist ein bisschen schwierig. Ich finde, das ist eine ganz schöne Frage, eine Frage, vor der ich Angst habe. Öffentliches Leben aktuell, also ich habe auch das Glück, dass ich mit vielen Leuten zusammen bin oder dass ich mit Leuten spiele, mit denen ich gerne zusammenspiele. Ich spiele gerne, grundsätzlich gerne mit Leuten, die nicht meine Sprache sprechen und dann auch nicht unbedingt auf Englisch. Englisch ist gut, aber muss es nicht sein. Ich würde ehrlich gerne mit jemandem spielen, der nicht mehr lebt. Also das ist, und das ist auch kein Impro-Mensch. Und wer wäre das? Mark Twain. Also das ist so für mich so, wo ich denke so, ah, ich glaube der, vielleicht wäre er auch ziemlich arschig. Ich habe keine Ahnung, kann es mir nicht vorstellen. Aber da denke ich so, von dem könnte ich glaube ich ganz viel lernen. Es ist bestimmt noch, lass mich überlegen, es ist eine große Frage. Menno, mit wem würdest du denn gerne mal spielen? Ich habe selber gerade überlegt, ich habe nämlich auch noch keine Antwort auf die Frage. Und die erste Antwort, die mir eingefallen ist, das ist aber auch ein bisschen persönlich motiviert. Ich glaube, ich würde tatsächlich gerne mit Benedikt Cumberbatch spielen, weil ich den so gut finde. Ja, ich würde zuschauen, doch. Ich kann mir auch vorstellen, dass der ein guter Spieler ist. Ja, glaube ich auch. Ich weiß gerade, wen gäbe es denn da bei mir? Und natürlich so eine Leute wie Bill Murray wäre natürlich toll, weil der ja auch sowas auch aus der Ecke kommt. Ja, das ist bestimmt großartig. Ich habe mal in Zürich an einem Schmuckladen neben Klaus-Maria Brandauer gestanden. Das war nicht so spannend. Ich überlege gerade, wem gibt es denn aktuell noch? Ich finde, es gibt gerade ein paar gute Schauspielerinnen so in Filmen, manchmal so Nebenschauspielerinnen. In Dingens, darf ich fast auch gar nicht sagen. Ich habe True Blood geschaut, die ersten eineinhalb Staffeln und dann war ich wieder gesund. Ich hatte eine OP und danach hat das total gut gepasst. Da muss man nicht so viel lachen. Und da ist eine Schauspielerin, eine Nebenrolle, die fand ich ganz großartig. Ich weiß nicht mal, wie die heißt, aber die war, dachte ich so, cool. Und die habe ich dann nochmal in einem anderen Film als Nebenrolle gesehen. Auch total klasse, ganz anders. Aber ich habe noch nicht herausgefunden. Ich habe mich auch nicht weiter bemüht. Aber das habe ich manchmal, dass ich so einzelne Leute sehe, wo ich denke, wow, die hat was, was vielleicht ein Gegenpart zu mir wäre oder löst einfach in mir irgendwas aus. Ich denke so, das macht mich jetzt wach. Ja, sehr schön. Hast du denn sowas wie eine, die goldene Impro-Regel? Die eine, wo du sagst, das ist die wichtigste Regel oder Grundsatz oder Haltung oder nenn es, wie du willst, ideal im Impro. Ja, puh. Ich habe euch vorhin irgendwas vom Sport erzählt. Das war es im Prinzip. Aber meine wirklich wichtigen Regeln, die sind eher wirklich aus dem Sport oder aus dem damit verbundenen Leben oder aus der Natur. Was mir schon wichtig ist oder wozu ich immer Leute anrege oder wo mit mir es sehr gut geht, seitdem ich das verinnerlicht habe, ist dieses, es hört nie auf. Du musst üben, du musst Gymnastik machen, wenn du alt werden willst damit oder wenn du neue Sachen finden willst. Es gibt Künstler, es gibt Musiker, die alt werden und immer frisch bleiben, die bis ins hohe Alter einfach attraktiv sind im Sinne von nicht unbedingt gut aussehen, aber wo du immer merkst, irgendwas kommt dann auch, es kommt immer wieder was und du merkst, die sind zufrieden, die suchen es selber. Also mein schlimmstes Impro-Erlebnis war, ich habe einen Workshop gegeben und dann hat eine Frau gesagt zwischendrin, die Übung habe ich schon mal gemacht, ich muss jetzt irgendwie ein Game spielen. Und das war in einer Übung, die sehr auf Wahrnehmung und es war aus dem Tanz, aus dem modernen Tanz eine Übung, auch eine sehr schöne, lustige Übung. Und wo ich denke so, eine Übung macht man nicht einmal im Leben, man geht ja auch nicht nur einmal im Leben auf Klo oder isst einmal im Leben, sondern es wiederholt sich ja alles. Und bei Impro finde ich das auch sehr wichtig, da sowohl die Demut als auch die Lust sich zu bewahren und sobald die weg ist zu schauen, warum ist die weg und wieso und muss ich vielleicht was anderes machen. Und für mich eine große Lehre war, als ich meinen ersten längeren Cross- oder Geländelauf gemacht habe, also so unbedingt groß, Hermannslauf in Bielefeld, kann ich nur empfehlen, war ich total aufgeregt und dann stand neben mir eine Frau, die so ganz hutzelig schon, ich weiß nicht mehr wie sie hieß, ich weiß nur, dass sie 83 war. Und sie meinte so, ja, sie läuft jetzt mal wieder hier, letztes Mal ist sie in Berlin Marathon gelaufen, aber der ist ja eher so ein bisschen öde, sie läuft lieber Gelände. Und dann dachte ich mir, wenn ich mit 83 noch so bin, einfach so diese Frischheit und diese Offenheit, dann bin ich glücklich. Und ich kann nicht genau sagen, was es mit Impro zu tun hat, aber das fand ich faszinierend, das möchte ich von Impro-Spielern sehen und überhaupt von Theaterleuten. Diese Freude und diese Neugierde und auch ein bisschen so dieses sich selber sagen, ja, ich brauche ein bisschen mehr Action oder ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Ruhe, also mehr, ja. Ja, die nächste Frage schließt daran an, was hast du umgekehrt für dich aus dem Impro mit ins Leben genommen? Was ist so, dass die Kernsache oder die, ja, der Haupt, nicht Message klingt immer so blöde, Haltung, sagen wir mal so, ich finde Haltung immer ganz schön. Schon viel dieses im Moment sein und positiv auf Angebote, also auf Sachen zu reagieren, wobei auch da habe ich die härteste Lektion nicht auf der Bühne gelernt, sondern in der Natur. Also ich mochte das schon immer und ich habe durch Impro viel darüber gelernt. Ich war, glaube ich, früher eher bärbeißig oder auch ein bisschen, ich weiß keinen Ausdruck dafür, aber und Impro schult schon, sich selber anzunehmen und auch andere anzunehmen, das finde ich ganz gut. Beispiel in der Schlange stehen, im Supermarkt und man kann sagen, ich stehe bestimmt in der langsamsten Schlange oder sich zu entscheiden, ja, ich stehe in der langsamsten, aber dann kann ich die Zeit für was anderes nutzen oder zu sagen, dann gehe ich halt in eine andere. Wobei da kommt dann auch wieder diese Sache mit der Clowns-Arbeit dazu, die mich dann noch weitergebracht hat, eine lange Geschichte. Aber ich bin mal auf einen Berg gestiegen, alleine, auf einen sehr hohen Berg und mir ging es schon in der Vornacht, also man ist so zum Basislager hoch und dann gehst du hoch und Basislager ging mir schon richtig dreckig und dann dachte ich, ich bin hier, um auf diesen Berg zu gehen. Dann bin ich am nächsten Tag auf diesen Berg und es war furchtbar, es war, als wäre ich 100 Jahre alt und es war total scheiße und hat wehgetan, bis ich irgendwann merkte, das Wetter schwenkt um und ich schaffe es nicht, ich komme nicht ganz hoch, ich war kurz unter dem Gipfel, also keine 200 Meter mehr. Bis ich merkte so, nee, es geht jetzt einfach nicht und mir das zugestanden habe, jetzt einfach umzudrehen und das war das Schöne, das ist ein Schneeberg, man kann sich dann auf seinen Hintern setzen und runterfahren und du fährst dann halt mal eben drei Kilometer auf deinem Hintern so einen Schneeberg runter und so glücklich wie da und so zufrieden wie da war ich glaube ich nie. Und das so dieses wirklich, dieses Im-Moment-Sein habe ich da erst kapiert, zu sagen, was es bedeutet, echt loslassen und sagen, der Moment verlangt jetzt, dass du aufgibst. Ja, oder auch mal großzügig mit sich selbst sein, aber das finde ich einen ganz slippery slope, wie man auf Englisch sagt, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch sagt, weil oft ist es so, man hat so einen Impuls, oh ich bin jetzt faul, ich habe jetzt keine Lust und so und dann macht man das nicht oder in anderen Momenten macht man es dann und denkt hinterher, das war das Beste, was ich machen konnte, dass ich mich dazu getreten habe, das jetzt zu machen. So eine Momente hatte ich schon ganz oft und du kannst es vorher nicht wissen, das ist wie das, was du sagst, es gibt kein Schwarzes, es gibt kein Weißes, es ist ein Dilemma, du kannst es, bevor du die Entscheidung triffst, einfach nicht wissen, was die richtige Entscheidung ist. Das macht es doch unsagbar spannend, das ist für mich auch ein Motor für Impro, also auch für Sachen im Leben, natürlich, also auf der Bühne haben wir den Vorteil, es ist ein sicherer Raum, es kann nichts passieren. Also es ist der sicherste Ort, die Dinge zu machen, die wir woanders nicht trauen und dann zu lernen, also ich glaube, ich hätte auf dem Berg nicht so reagiert, wenn ich nicht Impro spielen würde. Also ich glaube schon, dass ich davon profitiert habe, diesen, irgendeinen Satz im Kopf zu haben, so, ja, auch mal verlieren können und so und das sich dann einzugestehen, das auch noch, sich dann nicht irgendwie missmutig, sondern okay, ich mach das jetzt und dann auch offen zu sein für das, was passiert. Und genau, und auch da ist es, wie gesagt, ja, Slippery Slope, ob man sich selber jetzt diese Wertschätzung entgegenbringt, zu sagen, ich kraxel da jetzt nicht mehr die letzten 200 Meter rauf, weil mir geht es einfach scheiße und ich habe keinen Bock und sich dann freut, wenn man runterfährt. Oder umgekehrt kann es natürlich auch sein, so, ich peitsche mich jetzt selber da noch irgendwie hoch, um mir das zu beweisen und man wird es vorher, wie gesagt, nicht wissen, welches die bessere, mit welcher Entscheidung man sich hinterher besser fühlt. Das nicht, was in dem Fall einfach war und das ist auf der Bühne oft auch so, auch wenn da ganz viel Magie dabei ist und natürlich noch andere Faktoren wie andere Menschen und das Publikum. Es ist ja trotzdem ein Handwerk, das wir machen. Bei allem Zauber und aller Faszination sind wir auf der Bühne und haben Sinne, die Sachen wahrzunehmen und da oben war es auch so, dass ich da stand und gemerkt habe, das Wetter wird anders. Also die Faktoren sprachen alle gegen das Weiterhochsteigen und es war so der Punkt, sich einzugestehen, es war ein großes Risiko und vielleicht auch eine Dummheit in der Zeit, alleine da so hinzugehen. Und auf der Bühne gibt es die gleichen Situationen, von daher finde ich es einerseits dieses slippery Dingenskirchen, andererseits auch, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Gut, dann switch mir doch mal das Thema, ich sage das ja, es soll ja um die steife Brise heute auch etwas gehen. Also schauen wir mal, du beantwortest einfach die Fragen, die du weißt und mit denen du dich komfortabel fühlst und die Geheimnisse kannst du mir dann später verraten. Genau, wie lange gibt es die Brise schon? Also einige dieser Fragen habe ich Katharina schon gestellt, aber ich glaube, es macht trotzdem Sinn, das jetzt nochmal, so auch für die Zuhörer das nochmal. Aufzugreifen, weil vielleicht nicht jeder die Episode mit Katharina gehört hat. Das ist doof, die müsste die unbedingt nachholen. Ja, die ist auch toll. Wo findet man die denn? Die findet man auch noch auf meiner Webseite, die werde ich auch auf jeden Fall verlinken. Ja, ich fand die auch sehr schön, also hört da rein Leute. Wir, ich glaube 23 Jahre, 23 Jahre müssten das inzwischen schon sein. Oder 25, vielleicht sind es auch schon. Ehrlich, ich bin gerade so ein bisschen durch. Es könnten, ich würde sagen eher Tendenz 25. Und weißt du, wie sich die Gruppe gegründet hat? Nicht genau, da würde ich sagen, da lade mal Thorsten Brandt ein. Der hat damals mit einem Meck, ich weiß gar nicht seinen Nachnamen, auf jeden Fall hat Thorsten Brandt, war auf jeden Fall Gründer, einer der Gründer. Und das ist, glaube ich, aus einem Kurs von einer Dame aus Süddeutschland oder Dortmund entstanden. Die haben irgendwie einen Kurs gemacht und dann wollten sie das auch in Hamburg haben. Und es war auf jeden Fall eine der ersten Gruppen in Hamburg, die losgezogen ist und sagt, wir machen das. Und auch da sehr energetisch und mit hohem Risiko reingegangen ist. Und wie groß ist die Gruppe heute? Wir sind jetzt, das Festensemble sind im Prinzip zehn Leute und zwei Musiker und zwei Damen, die Backoffice machen und Olga und noch ein Mensch, der unsere Steuer und unsere Rechnung macht. Das ist ganz großartig. Und dann haben wir gerade noch zwei, im Prinzip zwei Gäste, die für eine Zeit mal da sind. Und noch ein paar so, Entschuldigung, Nachwuchsmenschen. So ein bisschen sind wir auf der Suche nach Nachwuchs, das ist nicht so leicht. Und wir haben da so zwei, drei treue junge Menschen, die uns für einzelne Projekte zur Seite stehen und da mit uns zusammenwachsen. Und du hast gesagt, du bist 13 Jahre bei der Brise. Weißt du, als wievielte du dazugekommen bist? Also wie viele Leute waren schon in der Gruppe, als du dazukamst und wie viele sind nach dir noch? Als ich dazugekommen bin, war gerade ein Wechsel. Da sind, glaube ich, zwei oder drei Leute weggegangen. Und in dem Zug kamen Ralf, Knut und ich dazu. Wobei ich ursprünglich erst mal nur proben wollte. Ralf ist auch von da unten, ne? Ja, der ist aus meiner Nachbarschaft. Quasi. Der war auch mal bei Sex auf Kraut. Ja, lang ist es, ja. Ich weiß nicht, eins, zwei, drei, vier, vielleicht als achte, siebte, siebter Zwerg. Also war die Gruppe deutlich kleiner vorher, bevor ihr drei dazugestoßen seid? Die war in dem Zeitpunkt kleiner, ja, weil eben gerade Leute weggegangen waren. Und wir haben sie im Prinzip ersetzt. Und dann vor ein paar Jahren haben wir zwei neue dazu geholt. Weißt du, wo diese Leute hingegangen sind? Oder ob die noch was mit Impro danach gemacht haben? Ähm, die eine Person macht nichts mehr mit Impro und der andere ist zumindest noch, glaube ich, so im literarischen Bereich. Der ist, glaube ich, nach Westdeutschland gegangen, so nach NRW, irgendwie Buchen oder so. Ah ja. Oder weiß ich nicht. Doch, ich glaube schon. Und Knut und du, ihr kanntet euch sozusagen schon, also ihr seid zusammen zur Brise gegangen, ihr habt euch nicht dort kennengelernt. Ja, wir haben uns bei Sex auf Kraut kennengelernt, bei der Deutschen Meisterschaft im Theatersport 2000. Und hat Knut auch bei Sex auf Kraut gespielt? Der hat mal mitspielen dürfen. Es gibt einen legendären Auftritt, wo Knut und Thorsten als Doppel und Stulle zu zweit gegen alle von Sex auf Kraut gespielt haben. Und die haben Haus hoch gewonnen. Das war total ungerecht. Nein, es war großartig. Voll fies. Und ist das manchmal problematisch? Ihr habt ja mindestens zwei Pärchen. Katharina und Thorsten sind ja auch ein Paar. Und Markus und Jessica. Markus und Jessica. Markus, unser Musiker und Jessica ist im Büro. Aha, ah ja. Und ist das manchmal problematisch? Ja. Inwiefern? Organisatorisch zum Teil. Also manchmal ist es so, dass man denkt, ah, wenn wir jetzt beide das mitmachen, dann ist keiner da verfügbar oder nicht im Büro oder so. Und manchmal natürlich auch egomäßig oder emotional oder. Und in so Gruppendiskussionen gibt es da auch sowas, wo man dann als Paar, ich sag mal, so fies jetzt so ein Fraktionszwang hat und eher zum Partner steht. Obwohl man eigentlich was anderes denkt. Aber um den zu backuppen und dem nicht im Rücken zu fallen. Zwang nicht. Nee, wir können uns schon separat äußern. Wobei, ich glaube, da die Außenwahrnehmung anders ist als unsere Wahrnehmung. Da musst du mal die Kollegen fragen. Aber es ist nicht, dass uns jemand zwingt oder dass wir jetzt so sagen, also wir haben schon auch mal unterschiedliche Meinungen oder sind auch schon aneinander geraten. Und das ist nicht gut. Also da lernen wir noch dazu. Genau. As we move along sozusagen. Weißt du, mit welchem Ziel die Brise ursprünglich angetreten ist, sich gegründet hat oder angefangen hat zu arbeiten oder zu existieren? Ich glaube, das Ziel war, dieses Verrückte Neue auf die Bühne zu bringen und das einfach nur machen wollen. Also einfach loslegen. Und die fanden es einfach nur geil und wollten sowohl Theater machen als auch das, was noch viel aufregender war zu der Zeit und viel spannender. Und damit den Spaß, den sie haben, auch verbreiten. Und ich glaube schon auch, war so mit auf die Bühne zu gehen, zu sagen, ja, das ist ein Ding, das auf die Bühne kann. Damit kann man Leute in den Sack kriegen. Und hat sich diese Zielsetzung im Laufe der Zeit verändert? Insgesamt glaube ich nicht. Wobei durch das Business-Theater der Fokus schon auch manchmal auf dann Überleben oder Funktionieren geht, wo manche Experimente erstmal nicht mehr so leicht sind. Wobei wir uns da gerade auch wieder öffnen und freier werden. Aber das Ziel ist noch da. Es ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, je nachdem, wie du fragst oder fragst oder fragen tust. Whom you may ask. Doch, ich glaube, die meisten Leute wollen einfach spielen. Manche wollen mehr gesehen werden und andere wollen mehr spielen. Würde ich schon sagen. So ist halt Theater. Der will doch nur spielen. Ja, genau. Und was ich bei euch so interessant und auch spannend finde, ist, dass viele von euch, vielleicht auch alle, aber ich weiß es jetzt nur von einigen, halt diesen humanistisch, psychologisch, systemischen Hintergrund haben, wie du ja auch gesagt hast. Du hast eine systemische Ausbildung gemacht. Was genau verstehst du da drunter als Coach? Oder ist das noch weiter gefasst, was du jetzt gesagt hast für dich, die systemische Ausbildung? Ich weiß nicht, ob ich das gerade verstanden habe. Also, du hattest vorher gesagt, du hast, ich glaube, du hast gesagt, eine systemische Ausbildung. Ja, ich habe einen systemischen Coach, also einen ECA-Coach, der NLP-Along hat, um es zu wissen. Aber er alle möglichen systemischen Trainingsmethoden und Entwicklungsmethoden bietet. Und, also für mich ist es eine Zusatzmöglichkeit, Sachen, die mit Theater aufgehen, weiter zu bearbeiten. Und das geht für mich sehr gut, wenn das deine Frage war. Und das haben andere bei der Brise auch, soweit ich weiß, sogar einige. Genau, ja. Das hat sich irgendwann entwickelt, ich weiß nicht mehr, wer angefangen hat. Macht totalen Sinn. Also, es macht Sinn, mehr Theater zu können. Also, das hat mich, danach habe ich angefangen, wieder mehr Theater mir drauf, also mich wieder mehr da zu bewegen, mich umzusehen, was wird da gerade gemacht, was gibt es da. Weil wir mit Impro naturgemäß arbeiten, wie die Menschen im echten Leben. Weil wir keine Masken haben. Wir haben all diesen Schutz nicht, wir haben keine Kostüme. Wir gehen ja im Prinzip nackt auf die Bühne und all das, was wir da nutzen, kommt ja auch Leuten zugute, die sich verändern wollen, die irgendwelche Trainings machen und so. Die können spielerisch da rein. Und dadurch habe ich erlebt, dass die Leute sehr schnell sehr viel von sich preisgeben oder viel schneller in Bereiche reinkommen von sich, wo sie mit reinem systemischen Training nicht hinkommen. Und das Systemische ermöglicht dann, oder dadurch kannst du das einfach aufgreifen und dann weiterarbeiten, wenn es darum geht, wenn du jemanden hast, der kein Schauspieler werden will, der dann eben eher was für den Alltag möchte. Und dann gibst du ihm halt was Systemisches mit oder so. Ich mache relativ wenig damit und komme immer wieder in die praktischen Sachen, wie die bildnerischen Sachen, die ich im Kunststudium gelernt habe, als auch aufs Theater. Also auf das Tun, auf das Was-Produzieren oder Was-Machen. Also das, was dann auch sichtbar wird oder spürbar. Du hast gerade gesagt, dass sich das so langsam entwickelt hat. Kann man im Prinzip sagen, das war ein Zufall, dass sich diese systemische Perspektive so ergeben hat und wurde dann zu Absicht, indem das immer weiter dann von verschiedenen Leuten aufgegriffen und gemacht wurde und so? Also das war kein Zufall, das zu machen. Also bei mir war es zumindest so, dass es mein Bedürfnis war, dass ich gesagt habe, ich mache so ein Training nicht mehr ab einer gewissen Größenordnung oder ab einer gewissen Gewichtigkeit, wenn ich nicht das auffangen kann. Wenn ich nicht weiß, ich kann den Leuten sagen, das und das musst du tun, damit du jetzt wieder geschützt bist oder so. Oder was mich auch interessiert hat. Und ich glaube, dann war es einfach, dass wir entdeckt haben, die Möglichkeiten, die dadurch entstehen, dass eben Impro ein Einstieg sein kann oder immer wieder eine Intervention, wie man da so schön sagt. Und das Systemische dann auch andere Bedürfnisse befriedigt. Es gibt ja Leute, die steigen dann irgendwann aus mit Theater und die kannst du dann da, wenn die strukturierter sind, weiter betreuen. Und wenn du eine gewisse Qualität machen möchtest oder auch bestehen möchtest mit deinem Training, dann macht das auch Sinn. Und natürlich ist es so, es gibt so Firmen, die schauen dann das Blatt an und die sehen, ah, du hast ein Zertifikat, also ist das okay. Da steht ein Stempel, staatlich geprüftes Fleisch, kaufe ich. Und wer von euch hat so zum Beispiel welche Skills oder Zusatzqualifikationen da erworben? Katharina ist, boah, ich weiß es gar nicht genau. Doch, die ist, die hat, da war es ganz spannend, die ist übers Gedächtnistraining und so schnelllesetraining und solche Geschichten, ist die da zugekommen. Und Thorsten hat, ha, der hat eine Event-Ausbildung erst mal gemacht, also einen Event-Manager, also Thorsten Brandt und dann einen systemischen Coach im Osterberg-Institut, glaube ich auch. Und Thorsten Volle ist Coach und ich und der Herr Schmidt wollte, glaube ich, auch irgendwann mal anfangen oder weiß nicht, ob er jetzt schon angefangen hat. Genau. Und wir merken auch, dass wir selbst, wenn wir die gleichen Sachen lernen, das unterschiedlich anwenden, was auch nochmal sehr spannend ist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Ja, schön, das finde ich, ich finde auch, dass das sehr nah liegt, das so miteinander zu verbinden, weil Impro in dem Sinne, für mich zumindest, ja auch diese ganzen humanistischen Prinzipien von Kooperation und so weiter ja total erfüllt. Also es greift ja wirklich so Hand in Hand ineinander, so wie ich das sehe. Genau, steife Brise. Gibt es bei euch auch mal Zoff, obwohl ihr alle so systemisch geschult und so seid und ja ganz super human und wertschätzend? Das ist eine Lüge, das ist eine Legende. Echt, ist das das Bild, das wir verbreiten? Weiß ich nicht genau, keine Ahnung. Doch, wir sind schon ziemlich klasse. Das ist meine Projektion, glaube ich. Das genügt mir. Natürlich gibt es Zoff und ehrlich gesagt ist es mir manchmal sogar zu wenig. Manchmal ist dieses Impro noch so da, dieses ja, man ist ja freundlich und man möchte sich nicht verletzen, was ich auch ganz wichtig finde. Manchmal wünsche ich mir so den Zoff, den ich aus klassischen Theaterproduktionen kenne. Wie sieht der aus? Wilder. Wir sind halt durch diese, vielleicht auch durch dieses Systemische und durch dieses eben bei Impro. Verlandet man nicht irgendwann dann wieder bei so einem rechthaberischen Ja, natürlich, ja, ja, ja. Aber wir haben jetzt alle, du hast nach den Zusatzqualifikationen gefragt. Wir haben vier Leute mit einer Kampfsportausbildung, die wir tatsächlich auch inzwischen als Training anbieten und für uns selber und das macht was, das macht was mit der Gruppe. Und eines der Projekte für 2015 ist, unseren Sandsack im Probenraum aufzuhängen. Aha, schön. Und das ist dann, wenn Zoff ist, den zu benutzen? Nö, vorher üben und wenn Zoff ist, auf den einschlagen, der gerade, nein, das ist Quatsch, das ist völliger Quatsch. Nee, ehrlich, um zu üben, um zu trainieren. Also, wenn du uns fragst, ich glaube, keiner wird dir sagen, dass Boxen oder Kämpfen dem Aggressionsabbau dient. Wir zoffen uns und das ist gut so und wir vertragen uns schon sehr viel. Also, für das, was wir tun, sind wir schon ziemlich gut unterwegs und es war auch schon wilder. Also, wir hatten schon Zeiten, wo wir uns, glaube ich, sehr verletzt haben gegenseitig. Zum Teil ohne es zu wollen. Das ist, glaube ich, das, was uns so lange zusammenhält. Und das ist nie eine, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine böse Absicht dahinter ist. Und ich war schon in anderen Gruppen, also nicht in Impro-Gruppen, aber in anderen Klicken oder so, wo bewusst verletzt wurde. Und das ist ein Unterschied. Und das finde ich sehr toll. Worüber zofft ihr euch so, wenn es Zoff gibt? Was sind so Anlässe oder Gründe? Also, vielleicht irgendwas Unverfängliches oder gerne auch was Verfängliches. Unterschiedlich. Ja, Gestaltung von fast mehr formellen Sachen. Also, wie ist irgendeine Außendarstellung oder was sagt wer wo, was dann in Stein gemeißelt ist, was natürlich gar nicht so ist. Meistens sind es eher Nichtigkeiten. Das ist wie in so einer Beziehung, dass die wirklich fiesen Zoffs eher aufgestaute kleine Dinger sind, die dann irgendwann bei einer Nichtigkeit ausbrechen, explodieren und ziemlich übel ausgefochten werden kurz. Und dann ist es auch wieder gut. Also, wir sind ein reinigendes Gewitter. Wie bereinigt ihr solche Sachen? Habt ihr da irgendeinen Ausbruch? Also, es war wirklich ein paar Mal, kann ich mich erinnern, dass es ein echter Ausbruch, ganz klassisch wie zu Hause einen Teller fliegen oder so und dann ist es wieder gut. Und das war meistens sehr produktiv. Also, meistens war das, dass danach gut war. Und wenn nicht, setzt man sich danach zusammen und schaut dann, okay, was muss jetzt gemacht werden. Also, dann hilft auch wieder das Systemische, auch wenn man sich nicht helfen soll. Im Prinzip ja nicht ungefragt coachen und diese Geschichten. Aber wir wissen es ja voneinander und dann kannst du auch ganz klar an Sachen rangehen. Was brauchst du, damit es jetzt besser weitergeht? Ganz konkrete Sachen ansprechen, die dann auch meist geregelt werden. Gibt es sowas wie ein Geheimrezept, das die Brise hat, warum es sie so lange gibt und so auch erfolgreich gibt in der Zeit? Ohne Auseinanderfall, ohne krassen Streit oder sowas? Ich glaube schon, aber ich weiß, es ist so geheim, dass ich es auch nicht wirklich weiß. Was meinst du dann, was könnte dann sowas sein? Ich weiß nicht, so ein Geheimrezept könnte tatsächlich vielleicht sowas sein, dass man sagt, wir hauen uns alle paar, was weiß ich, wenn es halt sich ergibt, auf die Nase. Aber wir mögen uns hinterher trotzdem. Also wir versprechen uns vorher, wobei das ist immer so ein Ding, wirst du mich auch nicht verlassen, wenn ich dich betrüge? Nein, niemals. Das ist ja einfach so, du kannst ja vorher nicht wissen. Also ich finde so eine Versprechen halt reichlich schwachsinnig. Deswegen, aber vielleicht gibt es irgendeine Methode, die sich als erprobbar, erfolgreich sozusagen erwiesen hat. Wie halt das mit dem Gewitter oder sich nicht verletzen oder ja, solche Dinge, keine Ahnung. Oder vielleicht auch einfach Freundschaft, dass man sagt, wir mögen uns einfach und wir finden uns supi. Ich glaube, es ist eine Mischung aus, weil du es gerade nochmal sagst. Ich glaube, Verletzungen und so hat es da schon gegeben. Ich glaube, wir sind einfach ein toleranter Haufen. Und wir wohnen nicht alle auf einem Haufen. Ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, aber manche von uns wohnen außerhalb von Hamburg. Das spielt sicher eine Rolle. Manche wohnen zusammen. Also es gibt richtige Freundschaften innerhalb der Präsion. Es gibt Leute, die sind nicht so oft da, die kommen halt zum Arbeiten und das ist auch super. Aber das ist alles sehr gut. Ich überlege gerade, was das sein könnte. Das ist eine schöne Frage auch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist auch Glück. Es ist auch Glück und schon viel. Wir haben ein paar Leute in der Gruppe, die immer wieder erden. Also wir haben so ein paar naturelle oder eigentlich alle naturelle ergänzen sich. Nicht immer und nicht immer zu gleichem Anteil. Wenn die Brise sowas hätte wie ein Ziel, außer jetzt, dass sie natürlich Geld verdienen will und so weiter, was wäre das oder was könnte das sein? Da sind wir, glaube ich, im Moment noch an der Bestimmung. Wir haben demnächst auch Supervision. Also wir hatten mal Ziele festgesteckt. Zum Teil haben wir die auch erreicht, was ziemlich klasse ist, wenn du so sagst, du möchtest in dem Jahr so und so viel verdienen, so messbare Sachen. Wir haben uns aber auch Ziele gesteckt, die nicht so leicht messbar sind und das spornt noch sehr an. Mein Ziel persönlich und ich glaube da, Kollegen seid mir nicht böse, aber ich glaube, das haben wir insgeheim alle, ist damit alt werden. Was ich total großartig finde, wenn wir es schaffen, mit dem, was wir tun, auch im Alter und da man jetzt wirklich so zwischen 60 und 70, keine Ahnung, wie lange das geht, wenn wir das körperlich machen, noch frisch sein und Leute, auch wenn wir vielleicht nicht mehr auf die Bühne gehen, noch davon leben können oder das noch arbeiten und das noch gut finden. Das ist für mich das Ziel, das muss dann nicht reines Impro sein, das kann ja auch verändern oder mischen, weil ich finde es jetzt schon ein Privileg, so leben und arbeiten zu können oder das zu machen, auch wenn es echt eine harte Arbeit ist oder ein hartes Leben. Es ist trotzdem großartig, es gibt keinen Grund zu meckern, wie du sagen würdest. Ja, noch eine fast schon abschließende Frage, gibt es noch Formate, von denen die Brise träumt, sie mal auf die Bühne zu bringen, Improformate oder von mir aus auch andere Formate? Unterschiedlich, die Brise kann ich jetzt gar nicht genau sagen, da gibt es bestimmt welche, ich weiß aktuell, also wir haben gerade eine Sache, die wir ein bisschen uns in Kanada abgeschaut haben, die machen glaube ich dieses Chimprov oder wie das heißt, also wo man so kleine neue Formate vorstellt, da habe ich den Leuten einfach gesagt, findet euch in Gruppen zusammen und überlegt euch ein Format, das muss nicht länger als 10 Minuten sein, also im Prinzip so eine Skizze für ein Format, das zeigen wir vor Publikum und das Publikum stimmt dann ab oder gibt Rückmeldung, was sie interessiert, was sie weitersehen möchten, ob sie es weitersehen machen und entwickeln dann sozusagen, also ein bisschen Prototypen, Erlkönig-Arbeit. Und da habe ich ein paar sehr schöne Sachen gehört, was da auf uns zukommt und ich glaube schon, dass manche Gruppen ihr es weiterführen wollen, also zum Beispiel die Eye Soap, das sage ich jetzt nicht mehr, da müsst ihr am 18. April nach Hamburg kommen, könnt ihr das schauen. Ich persönlich würde gerne ein deutsches Klassiker-Format auf die Bühne bringen, also mal mit der deutschen Klassik zu arbeiten, mit den Protagonisten der Klassik und auch mit der Sprache und mit der Dramatik. Und ja, viele, viele Formate. Das ist toll, fangen so an und dann viele Formate und dann kommt nichts mehr. Also was ich mir ja gut vorstellen könnte, wäre so eine Zombieshow, weißt du? Ja, das ist doch nicht vorhanden. Hast du da schon mal dran gedacht? An eine Zombieshow? Ja. Ja, doch, ich könnte mir gut vorstellen. Könnte was, ja, 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 doch, doch. Oder vielleicht was mit Vampiren, mit so einer Protagonistin und die verliebt sich in so einen, weißt du? Oh, oh, ja, 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 und der wohnt mit so anderen, ja, 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 in so einem Baumhaus wohnt der. Ein Bauhaus? Baumhaus. Ach, Baumhaus, ja, 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 doch, du hast, das ist sehr, ich muss dir einfach nur zuhören, da fällt mir das ganze Grümpel wieder ein. Doch, es gibt einen Traum, den ich gerade noch habe, wo ich mit Thorsten und Markus dran arbeite oder wir zumindest unser Einverständnis gegenseitig haben, dass wir arbeiten wollen. Ich arbeite schon lange, wie gesagt, mit diesen Kampfsachen und so und habe da auch schon… Pornprof. Ja, fast, es ist Kiezimpro und bin darauf gekommen, eine Langform, all die Sachen, die in so einer wirklich saftigen Lebensgeschichte, raise and fall auf Person XY und das auf die Bühne zu bringen und dann eben mit diesen Sachen arbeiten. Das klingt spannend. Kennst du schon? Kennst du schon? Gibt schon? Nee, kenne ich nicht, aber es klingt sehr spannend. Ich habe nur gerade bei Pornprof dran gedacht, das gab es beim ersten Berliner Impro-Marathon mal, dass sie eine Ü18-Show gespielt haben, irgendwann um ein oder zwei Uhr nachts und da gab es unter anderem das Thema Porno und da wurden dann alle Szenen aus einem Pornofilm, die nicht die Rammelszenen sind, improvisiert, also alles dazwischen und das fand ich auch schön. Sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir auch gut. Ja, es ist ein bisschen… Doch, ich finde, das ist generell noch ein Thema, also so diese Themen, die… Es gibt ja ein paar Formate, die sich damit auseinandersetzen, was wir sonst vermeiden auf Improbünen und ich glaube, da können wir noch weitergehen. Also ich beobachte das gerade mit großer Freude, was so in der Kabarett-Szene und so passiert, dass da leider aufgrund der üblen weltpolitischen Lage das Kabarett wieder besser wird. Und ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber ich glaube, wir können auf der Improbüne was tun, ob es wirklich politisch sein kann oder ob es irgendwie weltbewegend ist, aber ich glaube, da gibt es noch Themen, die wir nutzen können. Also das kriege ich immer wieder mit, wenn ich mit jungen Leuten arbeite, die haben zum Teil nicht die Scheu und bringen dann Sachen in Szenen und denken, ja doch, das musste mal gesagt werden. Ohne, ohne dass es peinlich ist oder dass irgendjemand gleichschreiend den Raum verlässt. Ja, und die Brise, wo kann man die sehen und wann? Ja, in Hamburg ganz viel, im Haus 3, da spielen wir Theatersport gerade, ist auch Hamburger Impro-Liga. Wir haben uns vorgenommen, der Letzte zu werden und, nee, haben wir nicht, ich glaube, da gibt es keine Einigkeit drüber. Man kann uns im Imperial-Theater sehen, auf der Reeperbahn, was eine ganz schöne Zusammenarbeit ist, das ist ein ehemaliges Porno-Kino, das jetzt ein Krimi-Theater ist. Da spielen wir regelmäßig unseren Krimo und den Krimi, 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 Krimi und Impro-Slam. Krim-Proff, Krim-Proff, genau. Und wir sind auf der Cap San Diego, das ist ein altes Bananenschiff, ein alter Museumsfrachter, wunderschön, da spielen wir in der Luke, kann ich auch sehr empfehlen, im Sommer schön heiß. Wir spielen im Lichthof-Theater, das ist in Barenfeld, das ist dann eher so ein richtiges Theater, so schwarz, so ein ansteigendes Publikum, ist sehr schön und dann in so Stadtteiltheater noch um Hamburg verteilt und da, wo man uns hinruft. Ich bin mit der Zombieshow beim Marathon in Wiesbaden von FGKH, Ende April ist der, 25. April glaube ich, 25, 26. April, genau, ja, so. Ja, kann man dich sonst noch irgendwo in den nächsten Monaten sehen, abgesehen von Wiesbaden und den in Hamburg genannten Terminen? Ja, ich sitze jetzt gerade mit Claudia Hoppe in Berlin, in einer Straße, deren Name ich, also wenn ich, wir haben sechs Fenster, also hallo, äh, nein, ähm, nee, schon, schon fast nur Brise und im Sommer bin ich, äh, dann in Kanada. Wo bin ich noch zu sehen? Und trittst du da auch auf? Ja, ja, ich werde am Ende des Sommers in Kanada in einem Native American oder Native Northern American Indianer Theater auftreten, was ich ziemlich cool finde, das ist zumindest der Plan, was dann passiert, weiß ich ja noch nicht, aber so ist der Plan. Schön, gut, Verena, dann würde ich dir jetzt noch die einmalige Gelegenheit geben, eine Botschaft an unsere Zuhörer zu richten, die du schon immer mal loswerden wolltest. Oh Mann, das ist echt nicht leicht, Claudia, ähm, Botschaft an die Zuhörer, ähm, ähm, hört diesen Podcast, ähm, äh, nee, das ist, oh Mann, schneidest du das eigentlich? Äh, ich guck mal. Oh, haha, ich finde das echt schwierig, äh, Hochachtung vor dem, vor dem, was du hier tust, vielen Dank, nein, ich kann nur so, ich finde, du machst es viel schöner als ich. Ja, gut, dann, äh, gebe ich jetzt meine Botschaft über den ETA, ähm, meine Botschaft ist, überweist alle Geld an folgendes Konto. Oh, haha, jetzt die Nummer. Die Nummer? Ja, von dem Konto. Oh, fuck, ich weiß sie nicht. Oh Mann. Ach, sowas Blödes, ey. Jetzt echt eine Botschaft? Was haben die anderen Leute denn für Botschaften gemacht? Ja, ich überlege gerade, ähm, als letztes war ja Inbal hier, der habe ich, glaube ich, auch die Frage gestellt, aber ich erinnere mich jetzt blöderweise nicht mehr ad hoc an ihre Botschaft. Mhm. Katharina hat, glaube ich, gesagt, dass alle Impro machen sollen, was ich auch sehr schön finde. Ja, ja, dann brauche ich das ja nicht mehr sagen. Ähm, war das eine Explosion? Ja, da hinten sind, da hinten ist die Rüdlich-Schule hinter uns, und da sind Glaskontainer, und die heben über das ganze Jahr mal Böller auf und schmeißen die dann in diese Glaskontainer. Dann haben wir doch schon die Botschaft. Nein, ähm, echt, ist echt schwierig. Ja, also ich glaube, meine Botschaft ist, ähm, die, ähm, so wie wenn Katharina sagt, ähm, jeder sollte Impro machen, finde, ähm, jeder, der Impro macht, sollte auch, ähm, andere Sachen sich anschauen. Also ich finde, ähm, ähm, äh, raus aus dem Tunnel, ich glaube, das macht keiner außer mir, aber, ähm, nee, es ist nicht schön formuliert. Das musst du schneiden. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, wie du meinst, also, ähm, so, ähm, keep yourself open, also einfach den Tellerrand offen halten, rüber gucken. Hm, ähm, ich meine sogar, glaube ich, noch ein bisschen bewusster. Ich glaube, ja, ich glaube, meine Botschaft ist, ähm, was ich mir, was ich, ähm, schön und, und, ähm, bewegend finde, ist einfach das Bewusstsein, dass wir Theater machen. Also das Impro ist für mich Theater und, dass dieses Bewusstsein, äh, jeder haben sollte, sich jeder gönnen sollte, der auf eine Improbühne geht, dass, dass wir Theater machen, eine schöne, ähm, göttliche, menschliche Sache, die seit vielen tausend Jahren gepflegt wird. Und wir sind ein Teil davon und das ist schön. Und mit dem Bewusstsein auf die Bühne zu gehen, ähm, sind so Sachen wie Angst, Ärger und andere Sachen nur noch halb so groß oder ganz weg oder ertrinken spätestens im Whisky danach. Okay, das ist doch super, das lassen wir so stehen. Äh, 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 jetzt noch die letzte Frage, hast du eine Webseite? Ja, ich bin auf der Webseite der Steifen Brise zu finden, die ist www.steife-brise.de, Brise, ähm, B-R-I-S-E, ja, sonst kommt das nicht durch, genau. Habe ich sonst noch eine? Ja, ihr könnt auch auf die Webseite der Schauspiel, des Schauspielstudios Frise in Hamburg, da findet ihr mich auch, ähm, und dann empfehle ich euch die Seite vom MCCP, gebt das einfach mal ein. Ähm, und Claudia Hoppes Podcast, äh, ist das auf einer Webseite auch irgendwo? Yes. Yes, yes. Und my website, äh, www.claudiahoppe.com, glaube ich, ja. Komm, glaube ich, wo ist denn das? Ja. Äh, 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 claudiahoppe.com. Ach, schön. Ich muss ja bei dir immer an, an, äh, wie heißt sie, ähm, diese große deutsche Schauspielerin denken, Margarete Hoppe? Marianne Hoppe? Marianne Hoppe, genau, Marianne Hoppe, die eben auch in Faust mitgespielt hat, 100 Jahre lang oder so. Das ist ein schöner Name. Danke. Bitte. Sehr schön. Okay, Verena, ja, nochmals vielen Dank, dass du hier warst. Wir stürmen jetzt weiter ins Rathibor-Theater, glaube ich, ne, so langsam. Und, ähm, ja, dann sage ich Tschüss und bis bald. Ja, Tschüss auch und danke von mir.